Die Klinge Die Klinge Und so, meine Schüler, sollte ein Mann kämpfen Brauchen wir noch irgendwas? Ne, können wir alles Tutorial verlassen Okay, wir haben jetzt drei Attentatsziele Wow, das werden ja immer mehr Oh, schön Okay, wir machen das jetzt so Wir gehen wieder Damaskus Akku in Jerusalem Und ihr schreibt mir in die Kommentare Ob ich das das nächste Mal wieder reiten soll Oder mich so rum teleportieren Gehen wir doch gleich ins Büro Wählen Sie im Kampf die verborgene Klinge Um einen am Boden liegenden Gegner schnell auszuschalten Ah Da haben wir wieder was gelernt Das werden wir doch nächstes Mal ausprobieren Ach, wir sind wieder im schönen Damaskus Ja, hier war es doch toll Hier war alles noch in Ordnung Altaïr, mein Freund Willkommen Welches Leben sollt ihr heute nehmen? Sein Name ist Abul Nukut Was könnt ihr über ihn berichten? Oh, der Händlerkönig von Damaskus Der reichste Mann der Stadt Wie aufregend, wie gefährlich Ich beneide euch, Altaïr Nun, nicht um den Teil, wo man euch eures Ranges erthob Aber um alles andere Oh, und außer den Sachen, die die anderen über euch sagen Und ja, außer dem Fehlschlag und dem Hass Ja, lässt man dies außer Acht Beneiden, wie ich euch sehe Ich schere mich nicht darum, was andere denken oder sagen Ich habe einen Auftrag zu erfüllen Also, was könnt ihr mir über den Händlerkönig berichten? Nur, dass er sehr böse sein muss, wenn Al-Mualem euch schickt, ihn zu besuchen Er bleibt unter den Seinen Im nobelsten Viertel der Stadt Ein umtriebiger Mann, stets beschäftigt Wenn ihr eine Weile unter seinesgleichen verbringt Erfahrt ihr sicher alles, was ihr über ihn wissen müsst Und wo sollte ich mit der Suche beginnen? An eurer Stelle würde ich mit der Umayyaden-Moschee und dem Zug Sarusha beginnen Beide befinden sich westlich von hier Weiter im Nordwesten liegt Salah al-Dins Zitadelle Sie ist ein beliebter Treffpunkt und hat sich schon oft als Quelle loser Zungen erwiesen Ja, diese drei Orte sollten euch helfen Danke für euren Rat, Rafik Ich kehre zurück, sobald ich die benötigten Informationen gesammelt habe Die anderen lästern über uns Oh manu Sagte ich gerade, ich nehme mich wieder eine Runde auf Ist doch alles schön, aber jetzt sowas Oh manu Na ja, schön, dass das Alter hier nicht so mitnimmt wie mich Wo müssen wir denn jetzt? Da drüben Es geht ins Nobelviertel Und die Wachen sollen angeblich aufmerksamer sein Ja, das wäre doch mal was Neues Und wir können uns jetzt hoffentlich festkrallen Und das bringt uns nicht viel Okay, dann jetzt hier hoch Und jetzt da hoch Und da hoch Nein Festkrallen Hat nichts zu Was tut dieser Narben? Ach, wie komme ich da hoch? Hallo Irgendwann zeigt er sein ganzes Angebot, aber das wollen wir nicht sehen Wir wollen da hoch Ja Du warst mir im Weg Entschuldigung Klettern Und weiter klettern Bobby, wir kommen da jetzt nicht hoch Juhu Ach, ich mag die Stadt hier Die ist so schön friedlich Und so schön sandig Ach, ja Nicht, es war eigentlich eure Lieblingsstadt Also ich muss sagen, bei mir liegt ja Akon auf dem letzten Rang Ich mochte jetzt eigentlich bis jetzt immer Damaskus am liebsten Alter, hier geht doch da hoch Wir haben noch nicht den ganzen Tag Zeit Und wieder runter Boah, ist das ein riesen Stadtbezirk Also wir dürfen wieder ganz viele Bürger retten Und ganz viele Türme beklettern Was eine Abwechslung Und der ist auch schon der Erste Wie ging das jetzt nochmal? Oh gut Wow, sind die irgendwie schneller geworden? Was ist das denn? Boah, und warum kommen da gleich so viele? Was ist das? Jetzt aber Versteckte Klinge und Set Ach, nein Okay, dann doch nicht Ich wollte ihn jetzt auf den Boden eigentlich Abmurksen Wir haben gar nicht mehr so viel Leben Gott, ich will nicht sterben Ah, nein Das haben wir doch gerade geübt Warum kann ich das jetzt nicht mehr? Was ist denn das heute? Und der da hinten wird schon die ganze Zeit nach mir greifen Ah Au Oh Oh Das gibt's doch nicht Warum stellen ich ihn heute so doof an? Na endlich Ich dachte schon, das geht gar nicht mehr Ja, jetzt klappt's, war klar Oh, Mann Der Herr sei gepriesen Er hat mich gerettet Die Stadt wird von eurer Tat erfahren Ja Pfff Wenn die da nicht von erfahren würde Dann wäre ich jetzt leicht genervt Ich bin voll angestrengt Das ist ja richtig schwer geworden Auf einmal Au So viel zum Thema richtig schwer geworden Was tut dieser Mann nur? Sich Hör auf mich in irgendeiner Sprache anzubrüllen Die ich nicht verstehe, Freundchen Red Deutsch mit mir Haben wir noch Wurfmesser? Ich stehe nur hier Keiner mag mich Kletter ich halt irgendwo hier hoch Und eine kleine stille Ecke Wo ihr mich alle los seid Tretet jetzt zurück Nee, das Ach nee, das Verdammt Wurfmesser wollte ich werfen Hab grad nur ein bisschen vergessen, wo das war Man merkt, dass ich das Spiel schon länger nicht mehr gespielt hab Aktuell laufen ja noch Sims 3 Und Harry Potter Und ich hab jetzt gerade schon Ein paar Minütchen Harry Potter aufgenommen Und ich muss sagen Erst Harry Potter spielen Und dann Assassin's Creed Oho Das ist schon ein bisschen anders Das Gefühl Aber man springt mindestens genauso viel durch die Gegend Würde jetzt so gern da drüben einfach in den Nebel springen Aber ich glaube, das kommt nicht so gut Springen wir lieber den Neuhaufen Informantenherausforderung Appenschatz Hey, Informanten Mit Highspeed Oh, was ist das denn hier Schönes? Ihre Familie ist groß und liegt im Sterben Die ganze Familie liegt im Sterben Schon klar Da ist ein Bürger Okay, wir machen, dass es mal bei Wurfmessen Yes Das geht ja viel besser mit dem Kurzschwert Yeah Gut, dass ihr gerade verweilt habt Noch eine Minute und sie hätten mich entführt Ich schulde, was ist die Bescheid Hey, alter Ian, bleibt gefälligst da oben Oh, was ist das? Eine Leiche Ach ne, den Spruch hatten wir schon Ja, super, und jetzt haben wir keine Dinger mehr Keine Wurfmesser Wir gehen jetzt zum Innen Ah, apropos Wurfmesser Ist vielleicht nicht geil, die beste Idee bei der Leiche hier rumzuklauen, oder? Ups Mist Mist Das war ne doge Idee Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung Ist da eine Bank drin? Ja Okay, jetzt machen wir wirklich erst diesen komischen Informanten Außer da gäbe es Wurfmesser Das kann doch nicht so schwer sein, ein Wurfmesser zu kriegen Hallo Hallo Gib mir Endlich Entschuldigung Wo ist die da? Entschuldigung 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 Alter, mein Freund und Bruder Es ist so lange her Mein Bruder Habt ihr von Ada gehört, seit sie fort ist? Nein? Wie traurig Sicher werdet ihr sie eines Tages finden Ich hörte, dass eine Feder auf Abul Nukuts Kopf liegt Vielleicht kann ich helfen Ja Aber ich habe selber einen Auftrag Ich habe vier Ziele, die ich vor Mittag eliminieren muss Sollen wir zusammenarbeiten wie früher? Zwei für mich, zwei für euch Es sind Abul Nukuts persönliche Wachen Ihr werdet sie schnell erspähen Na ja Er wird nicht gerne zusammen mit dir Da bist du nett Darum, um sich das jetzt wieder auf Zeit machen Ich hasse Zeitdruck Ah, der Klau Ein bisschen Geld, bitte Wir müssen widerstehen Wir müssen zum Rückzahlen Ah, okay Ach, wo ist er denn? Der Herr ist mit uns, alter Mann Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit Ich habe doch nichts Falsches getan Warum tut ihr das? Hilfe! Ich rette dich gleich, lieber Bürger Ah, da ist ein Leiter Okay, ich glaube, das wird nichts Ah! Ich brauche auch Hilfe Der Herr ist mit uns, alter Mann Glaubst du, es kümmert deinen Gott, was mit dir geschieht? Okay, wir finden noch nicht mal die Ziele Beziehungsweise ich finde sie noch nicht mal Die sind bestimmt wieder da unten in dieser komischen Markthalle Haaah Natürlich! Huuuuii, und eins So, jetzt markieren wir so schnell den anderen Entschuldigung Ups Ich bin nicht blind Halt doch deinen Krug einfach besser fest Doch, ich gehe jetzt Tschüss Ja, ich bin kein lines